Komm Klappschock, was ist das denn, K.E.Einheit Komm Klappschock, was ist das denn, K.E.Einheit Jollo Leute, euer Misthalle ist wieder am Start Willkommen zurück zu einem weiteren Video und dabei haben wir heute den Serger Wie gesagt, zocken wir jetzt nochmal für euch eine Runde und wir gucken mal wie das diesmal ausgeht Wir waren am Mittwoch dritter und ich würde sagen wir versuchen auch jetzt mindestens dritter zu rücken Mindestens das auf jeden Fall, wenn es geht erster natürlich und ich denke wir werden das ein oder andere Mal öfter machen Einfach zu einfach mal, ein bisschen zocken für euch und das wie am Mittwoch mit einem Controller Und ja dann würde ich sagen, let's go, oder? Los geht's Was für ein Name Heißt der so? Bo Was ein Kevin, oh mein Gott Ach du Kacke, geh mal hier auf Kuda Ähm, ja Geil, dein Name Direkt rechts hinter uns Also, muss ich mich nach rechts gehen oder nach links? Ne nach rechts, genau Direkt hinter uns ist ja diese Hütte da, wo die spawnen Also du musst nur quasi Ein bisschen Was? Mir steht da schon, mir sieht schon an, ok Warte, warte Warte, 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 geh mal auf die Kuda, geh mal auf deine Nummer Geh, ne? Ja Ist heftig jetzt, Alter Da irgendwo Nein, der war oben Nein Scheiße Scheiße Roboter, Alter Da ist er noch Was? Ah, der sitzt in der Ecke, Alter Oh mein Gott Jo Jo, direkt rechts sitzt da wieder einer Jukton halt, ne? Hm Da war rechts Ja Woll Hast du dich gesehen, Alter? Oh, ok Ein bisschen Kommt noch wieder Schieß Schieß, schieß Der kommt nicht wieder Ja Oh, was? Oben der kämpft die ganze Zeit, Alter Das ist so Mongo, ey Ey Da oben sitzt der die ganze Zeit drin, der Lau Ja Ulti, Ulti, Ulti Boah Ach du Scheiße Lauf hier rein Ulti, drück Ulti Oh shit, ey Ne, lauf, 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 lauf Was, wo, wo ist der da? Oh Oh mein Gott Weg da weg, weg Geh weg, Alter Oh mein Gott Was war das, ey? Da, der sitzt hier, direkt in der Ecke Rechts, 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 rechts Oh, wir rasieren gerade Warte, 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 warte Umdrehen, umdrehen Ne, umdrehen, umdrehen Du musst dich drehen Nein, nein, nein Warum sagst du mir das? Lauf, Alter Ich wollte mit ruhiger Hand holen Shit Warte, warte, lauf die Hand Ah, links, links Oh, Spannung, Spannung, ey Was, wo? Ah, der kennt da oben schon wieder Das ist so ein Lümmel Wir sind ja immer in den Spawns am Gammeln, ne? Ja Da, da ist er noch, Ulti, Ulti, lauf, lauf, lauf Sehr schön Wenn wieder einer kommt im Haus der Ulti Ja, ja L1 Ne, 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 warte, weg da Lauf, lauf, lauf So scheiße Ja, komm Ich glaub der nicht so richtig Oh, ja Wo ist der? Da! Aaaaah Shit Unsonst gestorben Ja, ja Für Schwebeladung Für Schwebeladung? Und hat eine drinnen? Ja Komm, Treppschock Was ist das denn? Oh mein Gott KL Einheiten Ne, 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 ne Ich sag's schon Ulti Ja, genau Der steht da Alter Links, 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 links Ah, ich muss dann nach links gucken Ja, ja Alter Dreh dich hoch, dreh dich hoch Ja Da unten Visian, oben Oder Noch einer oben Und unten auch einer Aber unten zuerst den Oben, um Ne, lauf, 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 lauf Ah, Scheiß Mach's witzig 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 Nein, von links Alter, fuck Was mach ich? Was machst du? Hast du die Kontrolle aus der Hand gerutscht? Fuck, Alter Oben hoch Ulti, Ulti, Ulti Drück Ich drück Und jetzt drück, 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 drück Ja, ich hab gedrückt Aber die Reichweite Shit Da springt Also springt da nicht los Oh mein Gott Ja, Zeitsprung Der ist hochgesprungen Der ist hochgesprungen Ja, der ist hochgesprungen Ja, der ist hochgesprungen Oh, ich schoß da Da Nein Oh mein Jesus Oh, fuck, Mann Da Was Ist machbar, ne? Ja, ist machbar noch Links, 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 links Hilf doch Oh, Mann Scheiße Anfang rechts Oh, ich hab ein Krampf Ey, warum kämpfen die? Die kämpfen so den Spots, die ekelhaften Mann Ja, da Ja, warte Nicht immer an, wie du sie wieder einsiehst Das ist ja laufen hier Oh, Mann Was ist der? Der ist wieder hochgesprungen, der Wixer Ulti, Ulti, Ulti Drück schon mal, drück schon mal Drück, durchgehen, drück, durchgehen und auf Oh, warte, jetzt kommt keiner, dann kommt keiner Oben ist wieder einer Warte Wir laufen erst wieder lang Er hinterher Ulti ist noch aktiv Ne Ja, ich dachte, du wachst Egal, egal, egal Okay, okay Das ist gut Das ist gut Da ist schon einer Ne, ist geiler Jetzt hier rechts angebilden Ne, okay, hoch, 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 hoch Da unten irgendwo Der sitzt an der Ecke Ja Camper, Alter, richtige Lappen, ey Links, 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 springen Oh mein Gott Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh shit, Alter, komm Warte, rechts war einer, ne? Hm Die sind immer so eklig hier am Campen Der sitzt direkt dahinter Bisian, bisian Komm, zeig dich Oh, komm, ey Ey, der wird so knapp, ey Ja, ist so Was? Geh weg, ey Ulti, Ulti, Ulti Hinter uns wieder? Ja Warte Ja, ich weiß Ulti Oh mein Gott Boah, Teleportation, ey Ey, guck mal, noch Commander Life von MB2 Was wird das? Fuck Der sitzt da oben, ne? Ja, ja Nicht anvisieren, ruhige Hand Nicht anvisieren Okay, okay, okay Wof, 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 schweiß Oh, das war sehr wichtig Direkt links, hier bei uns, jetzt wieder, anvisieren Ich hab einmal um die Treppe rum Ah, schade Was haben wir denn? Dritter wieder 26, 27, oh shit, ey Boah, war knapp Krampf, krampf Krampf Oh shit, Mann, ey Ich hab Bock dazu zu spielen Auf jeden Fall, aber es ist anstrengend Es war ja anstrengend Also für die Hand ist es richtig anstrengend, ey Alter Wollen wir noch eine Runde noch machen? Ja, eine Runde wieder Ich hoffe, es hat euch gefallen Wir sind wieder Dritter geworden Immerhin Ja Aber wundert euch nicht, warum wir die gleichen Klamotten an hatten Wie Mittwoch Ich hab euch ja Mittwoch gesagt, wir zocken jetzt noch eine Runde für den Freitag Und willst du noch was sagen? Äh, warum lügst du denn? Wir haben doch nichts anderes zum anziehen eigentlich, oder? Ist das so? Alles in der Wäsche? Ja Natürlich nicht Ähm Abgesehen davon War es das von uns Wenn es euch gefallen hat Schreibt es in die Kommentare Willst du sonst noch was anderes sagen? Vielleicht Äh, ach ne Das glaube ich, das war es erstmal Ja, okay Haut rein Ciao Ciao Leute Und es warnt wir bitte auf Facebook Switch Und Instagram Boah, ich hab'n Krampf Hahaha Ey, warum kippen die? Ja.